Ich würde sagen, das Workaholic-Klischee trifft auf mich zu. Yes, okay, so you're also on the project now. Ich hatte einfach schon immer Spaß daran, auch Geld zu verdienen. Ich gönne mir gerne mal was, aber ich muss es jetzt nicht aus dem Fenster schmeißen. Hallo, ich bin Friederike, ich bin 31 Jahre alt und arbeite als Unternehmensberaterin bei der DETECON in Köln. Ich kann Kaffee den ganzen Tag trinken, aber ich versuche nicht mehr als eigentlich so ein Ding dann zu trinken. Blooming-Phase, damit erst die Bitterstoffe raufgehen. Und dann mache ich mir meistens noch einen Apfel. Ich kaufe jetzt nicht das Billigste vom Billigsten, Qualität ist auch schon gut, aber sogar Joghurt oder so, denke ich ja so, ist alles das Gleiche, oder? Ja, dann gehen wir mal rüber, ne? Ich habe so einen kleinen Aushilfsjob bei einem Kumpel von mir, der hat ein Startup gegründet. Der braucht halt ein bisschen Support und das mache ich immer so ein bisschen außerhalb der Arbeitszeiten, also meistens frühmorgens oder spätabends. Das Startup kümmert sich um Objectives und Key Results, das ist eine Strategie-Management-Methode, die gerade sehr en vogue ist, sage ich mal. Ich habe letztens erstmal noch meinen Studienkredit abbezahlt. Jetzt will ich einfach ein bisschen Geld, ja, gerade mal zur Seite legen, weil ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man, wenn mal schnell was ist, ein bisschen Geld zur Verfügung hat. Ich möchte mir in der Zukunft auch gerne natürlich mal was Eigenes kaufen, ein Haus oder eine größere Wohnung. Ja, ich habe jetzt ein Meeting mit zwei, ja, Arbeitskollegen, slash Bekannten oder Freunden. Jessica ist in London und der Alex ist in Madrid. Hallöchen! Ja, wie geht's euch? Gut soweit, muss ich sagen. Wir hatten ein paar Themen. Das erste wäre, ich hatte ja den Workshop am Montag mit dem Team. Ja, dann bis bald. Genau, danke euch auch. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, wie ihr seht, ich habe es mir schön gemacht in der Pandemie mit Pflanzen hier in dem Raum. Ich bin mal sehr pragmatisch und ich habe lieber eine große Wohnung und teile mir die mit einer Person, anstatt wenn ich jetzt so einen kleinen Schuhkarton habe und dafür mehr bezahle, dann, genau, habe ich das lieber so. Also man ist jetzt nicht mehr so viel im Büro beim Kunden, sonst wäre das so, man hat vielleicht ein Nebenbüro und dann kann man sich halt schnell abstimmen für Dinge. Witzigerweise war meine aufregendste Zeit im Praktikum, da bin ich sehr viel rumgereist und war auch bei Kunden vor Ort in verschiedenen Städten in den USA. Und ja, jetzt ist das natürlich ein bisschen weggefallen. Ich muss aber sagen, ich habe das auch ein bisschen genossen, mal so ein bisschen mehr Zeit für einen selber zu haben. Aber langsam haben, glaube ich, alle Berater hummeln im Hintern und möchten mal wieder raus. Dann mache ich jetzt hier, dass es jetzt mal weitergeht. Man sagt ja auch ein bisschen People-Business zur Beratung, da muss man natürlich dann schon ein bisschen adrett da hinkommen. Ich habe ja keine Kundentermine, da kann man sich auch ein bisschen legerer anziehen und die Sneakers auf der Arbeit anziehen. Ich habe mir das Fahrrad von meinem ersten Gehalt geholt. Das war für mich so, dass ich einfach mobil sein wollte und in der Stadt ist ja auch alles nah. Je nachdem, wo mein Projekt ist, werden dann so Reisekosten ja von der Firma getragen. Und ab einem gewissen Karrierelevel kann man sich auch einmal pro Jahr entscheiden, ob man eine Bahn cut möchte oder ein Auto. Aber ja, ich habe mich jetzt erstmal dagegen entschieden. Also der dicke Dreier-BMW oder so? Ja, nee, nicht für mich. Bei der DTKON haben wir halt viele Telco-Projekte. Also wir nennen uns Digitalisierungsberatung, das ist so unser grober Schwerpunkt. Also alles, was man irgendwie softwaretechnisch verbessern kann, darum kümmern wir uns. Ja, das ist nicht einfach, man macht von da nach da und man deinstalliert diese Software und dann holt man sich die neue rein. Da muss ganz viel mehr im Hintergrund passieren. Das ist echt verrückt, wie viel da schiefgehen könnte. Und wir versuchen das natürlich zu vermeiden, weil es ist halt schlecht fürs Geschäft, wenn die Leute nicht erreichbar sind. Ist ja wieder ruhig hier. Wir haben so ein Tool, da bucht man sich online einen Arbeitsplatz. Und da ist man dann quasi gebucht. Das bin ich ja kurz hier hingefahren. Natürlich auch wieder fünf E-Mails reingekommen, aber ist okay, ist nicht so schlimm. Ja, aber ich brauche jetzt erstmal Wasser und einen Kaffee. Da gehen wir jetzt mal hin. Wie lange die Projekte dann sind, das ist halt immer total unterschiedlich. Es gibt halt manche Projekte, die sind mal nur ein paar Tage oder eine Woche. Ich hatte jetzt meistens immer so relativ längere Projekte, wo ich immer so sechs bis neun Monate bei einem Kunden war. Das ist auch hier alles so von Designern übrigens gemacht. Das ist ganz nett. Das ganze Büro wurde mal so gestaltet von verschiedenen Künstlern so, um ein bisschen so einen New-Work-Ansatz reinzubringen und auch ein bisschen, ja, nicht so ein biederes Büro zu haben. Für Aalen müssen da wohl auch nur mal hinterlegt sein. Das habe ich ganz unten hingeschrieben. Und die fehlen irgendwie. Also das hatte der Harald gesagt. Also irgendwie, heute ging mal so ein bisschen schief alles, was schief geben könnte. Dann haben wir ja erstmal gemerkt, irgendwie war die Liste nicht vorhanden. Dann hatte sie jemand irgendwie einen Papierkorb verschoben. So ein Inzident hatten wir vorher auch noch nicht, aber ich hoffe, die kriegen das dann wieder schnell hin. Weil wenn irgendwo mal was schief geht, dann werde ich halt nach ein paar Daten gefragt und suche die halt raus und stelle den den Leuten zur Verfügung. Aber die technische Lösung mache ich halt dann nicht, dass es dann halt jemand anderem sehr lieb macht. Früher, als es noch nicht Pandemie war, da bin ich mir dann auch etwas mitgenommen, auch um einfach ein bisschen Geld zu sparen. Aber jetzt bin ich ja nur so ein, zwei Mal pro Woche im Office und dann gehe ich immer auch mit den Kollegen essen. Das ist ja dann auch geselligert. Guten Appetit. So, jetzt muss ich aber auch schnell weiter. Für den nächsten Termin und da brauche ich ein bisschen Ruhe, deswegen suche ich mir jetzt mal ein lauschiges Plätzchen. Jetzt geht es darum zu schauen, dass die Daten, die ich vorher gesammelt habe mit den Ansprechpartnern an den Standorten und diese andere Firma hat jetzt daraus dieses Dokument erstellt. Und jetzt muss ich halt gucken, dass die Daten richtig sind. Ich wäre überrascht, wenn es mal einwandfrei läuft, aber es sind immer die gleichen Copy-Paste-Fehler, die die irgendwie reinmachen. Naja, nicht schlimm. Aber deswegen haben wir ja so mehrere Augen-Prinzip. Good afternoon. Hi. I'm doing great. We have to look at this again, but at least it's, if it's some sort of correct until the end or in the middle of next year, that's already a good thing. Wenn man Unternehmensberatung machen möchte, kann es jeder probieren. Und ich glaube, es gibt eine Unternehmensberatung, die einen einstellt. Und wenn es dann nicht passt, dann merkt man das im Job. Also als Unternehmensberater kann man sich halt nicht verstecken. Also hilft es, glaube ich, sich vielen Lebenssituationen gestellt zu haben und dann extrovertiert da dran zu gehen und die Dinge in die Hand zu nehmen und versuchen, dann die gut zu steuern. Thank you too and speak soon, have a great vacation and see you back in a week. Und? Bisschen länger gedauert. Ja, das war jetzt auch wieder witzig. Also das geht drauf und drüber mit den Jungs. Also das ist halt keiner von meinen Kunden, sondern das ist eine andere Firma, mit dem ich gesprochen habe. Und die sind sehr nett natürlich, aber er hatte jetzt vergessen, die Sachen abzuspeichern, die wir beim letzten Mal gemacht haben. Und das sind einfach so Sachen, das geht eigentlich nicht. Also ich von Unternehmensberatung könnte mir das nicht leisten, würde ich mal so sagen. Und ich würde auch so eigentlich nicht in Terminen rauskommen. Ist jetzt nicht dramatisch, ist jetzt kein Beinbruch, aber wäre schöner gewesen, ist fertig zu machen. Ja, wie geht's dir? Das kommt auf das Projekt an, wie viel Druck ist oder wie viel Druck dahinter steckt. Manchmal gibt es wirklich Kunden, die sind nicht so einfach. Ich habe das jetzt nett ausgedrückt. Und die erwarten sehr viel von dir. Es gibt aber auch Kunden, die sind nicht so. Und ich glaube, es macht halt Spaß, beides mal zu erleben, weil man da unheimlich viel lernt, wenn man so einen etwas anstrengenderen Kunden hatte. Ich hatte auch schon Kollegen, die wirklich immer sehr auf Zack sein mussten, weil der Kunde auch mal um 10 Uhr abends anruft oder so. Oder noch irgendwie mit dem um neun Termin reinstellt, um Dinge zu besprechen. Mein Gehalt setzt sich zusammen aus meinem Grundgehalt von der Detekon. Dann haben wir noch ein Bonusgehalt, das sich daraus ergibt, dass ich meine Ziele erreiche. Und dann habe ich noch einen Nebenjob bei Wave9. Der kommt auch noch on top, quasi in der To. Der Bonus setzt sich zusammen aus der Utilization. Die sollte mindestens 80% sein, also dass ich mindestens 80% meiner Arbeitszeit auf Projekte buche. Und dann noch die Projektnote. Die sollte bei mindestens 3 liegen oder besser. Ich bin jetzt vom Business Analyst zum Consultant befördert worden. Und damit einher geht auch, dass ich, ich glaube, um die 20% mehr Gehalt bekomme. Das erfahre ich jetzt mit meiner nächsten Gehaltsabrechnung. Tschau, viel Feierabend später. 18 Uhr, eine typische Feierabendzeit. Eigentlich nicht ganz so früh. Also eigentlich ein bisschen zu früh. Aber ich habe jetzt noch was vor und deswegen muss man sich die Zeit auch mal nehmen. Ja, ich würde sagen, das Workaholic-Klischee trifft auf mich zu. Dass, ja, ich sitze manchmal länger am PC, als ich vielleicht sollte oder auch will. Aber da gibt es dann einfach Aufgaben, die mir Spaß machen. Und dann möchte ich die auch noch fertig machen. Oder einfach Aufgaben, die fertig gemacht werden müssen. Prost auf uns, dass ihr da seid. Wir machen einen Rundlauf, oder? Absolut, wir machen ja. Ja. Oder willst du alleine von uns fertig gemacht werden? Also unter der Woche muss man sich auch mal Zeit für sowas nehmen. Aber irgendwie sind ja auch alle in meinem Alter berufstätig und haben dann nicht immer so viel Zeit dafür. Aber man braucht auch mal ein bisschen Zeit für sich, ne? Aber muss halt auch mal sein. Gerade wenn die Freunde so nah wohnen, ist das doch schön, ne? Aber der ist ja noch dran gewesen. Nein, das war cool. Ey, wie krass bist du denn? Hier so, ne? So drangeschlittert. Ja, aber... Der ist ja richtig fies. Für mich lohnt es sich, weil ich viel lerne, viel Spaß bei der Arbeit habe, spannende Projekte habe, viel daraus lerne und die Bezahlung auch soweit schon ganz okay ist. Ich hoffe, euch hat gefallen zu sehen, wie ich lebe und arbeite. Wenn ihr weitere Berufe kennenlernen wollt, könnt ihr das hier oder hier tun und ansonsten vergesst nicht, das Video zu liken oder den Channel zu abonnieren und dann wünsche ich euch auch alles Gute bei eurer Berufswahl.